Damit Sie digital erfolgreicher bleiben. Damit Sie in Ihrem Unternehmen digital erfolgreicher arbeiten können, müssen Sie Mensch und Technologie perfekt aufeinander abstimmen. Und genau dabei helfen wir Ihnen. Aber wie gehen wir jetzt genau vor? Wir starten mit einer Analyse. Jedes Unternehmen hat eine andere Ausgangslage. Technologisch, arbeitstechnisch sowie kulturell. Mit der Analyse möchten wir Ihr digitales Potenzial identifizieren. Der grosse Vorteil dieser Analyse, Sie erhalten von uns zwei bis drei strategische Handlungsoptionen, sogenannte digitale Visionen, wie das Arbeiten von morgen in Ihrem Unternehmen konkret aussehen könnte. Sobald Sie sich für eine Vision entschieden haben, gehen wir gemeinsam einen Schritt weiter. Unsere Spezialistenteams stehen Ihnen auch während der Umsetzungsphase mit Rat und Tat zur Seite. Unsere IT-Spezialisten nehmen sich allen technischen Aufgaben an. Sie bauen Ihre IT-Lösung sicher auf und stellen das Fundament für Ihre digitale Vision bereit. Und unsere Coaches zeigen Ihnen, wie Sie und Ihre Mitarbeitenden die neuen Geräte und Tools im Arbeitsalltag effizient einsetzen können. Dabei trainieren Sie die neuen Klicks direkt in Ihrer Firmenumgebung an konkreten Arbeitssituationen. Aber halt, nach dem Projekt ist nicht Schluss. Geben Sie diesen Vorsprung nicht mehr aus der Hand und lassen Sie sich von uns begleiten. Aber warum ist das für Sie interessant? Es ist wertvoll, jemanden an seiner Seite zu haben, der Ihre IT-Bedürfnisse kennt und einen ausfallfreien Betrieb sicherstellt. Neuerungen für Ihr Unternehmen hinterfragen wir kritisch und führen es bei Bedarf sachkundig ein. Als externer Taktgeber tun wir genau das für Sie, damit Sie digital erfolgreicher bleiben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017